Und damit willkommen zurück zu einem unerwarteten, einem neuen Let's Play Supremacy 1914 mit mir und dem Armeechaoten. Und ich stehe jetzt vor der schweren, schweren Wahl. Fuck, welches Land nehme ich nur. So, kommunistische Russland. Ich bin fast geneigt, das kommunistische Russland zu nehmen, ganz ehrlich gesagt. Ja, deutsches Reich wurde bereits gewählt, Liffland, kommunistische Russland, russisches Reich natürlich gibt es auch noch. Ist auch landeflächenmäßig ein bisschen größer, hat aber zu viele Anrainer für meinen Geschmack. Heißt, wir nehmen das hier. Aber russisch Archan Gelsk wurde bereits gewählt, das heißt, da gibt es vielleicht Ärger. Ich versuche gerade noch irgendwie mal so eine Position zu snacken, die noch einigermaßen gut ist. Wäre fast dafür, Dänisch Grönland auszuwählen. Aber das ist so weit ab vom Schlag, das ist auch wieder Kacke. Französisch Algerien, natürlich großes Land. Ansonsten Französisch Westafrika scheint auch noch recht große Landfläche zu haben. Französisch Äquatorial Afrika, was hatten wir da? Anglo-ägyptischer Sudan. In Afrika, glaube ich, mit die größte Landmasse, aber ich bin mir nicht sicher. Arabien ist bereits weg, Russisch-Kasachstan ist noch, Russisches Reich. Ich nehme Russisch-Sibirien, glaube ich mal. Dann haben wir nach dahin Ruhe und müssen uns nur gegen 1, 2, 3, ja, 3 Anrainer. Allrussischer Staat, der ist nicht spielbar, das ist in der KI, das ist auch gut. Russisch-Perm ist auch nicht spielbar, das heißt, wir haben nur Russisch-Archangels erst mal als Gegenspieler und Russisch-Yakutien. Kann jetzt eine scheiß Entscheidung gewesen sein, weil die zwei sich vielleicht schon verbündet haben, man weiß es nicht. Könnt einfach mal gucken. Just try it! Try it! Ha! Das ist kleiner als ich dachte. So, wir machen... Ja, nee, das machen wir nicht. Ich muss mich erst mal wieder reinfinden. Wir machen... Ähm, da war das. Nochmal Handel, wenn wir auch direkt machen können. Wir machen den hier. So, Russisch-Archangels und der Kollege hier kriegt auch noch Handel. Das heißt, zwei Seiten schon mal gesichert. Hier sind KIs, also kein Problem. Und jetzt können wir erst mal unsere ganzen Länder aus... Unsere ganzen Länd... Unsere ganzen Länder... Doof? Achso, ist das vielleicht schon ausgewählt? Kann sein. Ähm, die ganzen Länd... Bist du doof? Ah, ich bin verwöhnt von, 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 äh... Ah, Call of War. Ich bin verwöhnt. Ich dachte, mit Steuerung und Maus konnte ich alle Provinzen auswählen. Das geht hier aber nicht. Ähm, wobei doch. Klar muss das hier gehen. Das geht hier eigentlich auch. Warum hat das gar nicht funktioniert? Man weiß es nicht. Wir bauen erst mal Wehrämter. Und dann die große Katastrophe. Wir schauen uns unsere Nahrungsmittelproduktionsressourcengeschichte an, die total für den Arsch ist. Ähm, sowas wüsste ich eigentlich ganz gerne immer vorher. Aber das weißt halt nie, ne? So. So. Wir lassen das mal ein bisschen und das mal mehr, weil Öl brauchen wir. Und hier können wir theoretisch noch ein bisschen runtergehen. So, das ist zu 100% erfüllt. Sind alle noch zu 100% erfüllt, aber viel habe ich nicht mehr. Auch Stahlmäßig ist das ziemlicher Bullshit. Das heißt, wir werden gucken müssen, dass wir... Wir haben gar keinen Stahl. Das heißt, wir müssen die Nachbarn überfallen. Ähm, das geht natürlich nicht, bevor wir hier nicht ordentlich, äh, weiß Bescheid. Bevor wir hier nicht ordentlich, äh, Truppen haben. Und ja. Wir gucken einmal hier rein. Mattwurst. Präsident der Vereinigten Lateinamerikanischen Nationen. Jo. Ach du Scheiße, Österreich hat bereits Truppen. Das ist natürlich kacke, dass die schon Truppen haben und ich nicht. Ähm. Jetzt können wir kurz mal gucken. Hier war das, ne? 26 Minuten bis... Ah. Now we have troops. Okay. Okay. Tatsächlich würde ich ganz gerne hier erstmal allrussischer... Allrussischer... Allrussischer Staat überfallen. Weil einfach... Oh, ich kann gar nicht so viele Truppen abziehen, wie ich gerne möchte. Weil einfach er am nächsten dran ist und wir das einfach dringend brauchen. So. Ähm. Gleichzeitig können wir natürlich noch überhaupt nichts bauen mit Eisenbahn. Eisenbahn ist erst verfügbar. Ab. Äh. Ab gar nicht gelistet. Schade. Ich glaube Tag... Äh. Lass mich lügen. Geh mal weg. Ähm. Ja. Tag drei wahrscheinlich. Wir sind Tag eins. Das heißt, wir beginnen mit dem Aufbau. Dem... Dem Slowly Aufbau. Wir können ein bisschen... Wir können ein bisschen tricksen. Vielleicht merkt er das nicht. Das heißt, wir ziehen einen Großteil der Truppen einfach mal zur Nachbarprovinz. So als... Als... Als Safe-Truppe sozusagen. Lass nur einen kleinen Teil da stehen. Ja. Hat den Zweck. Er denkt, hier stehen Truppen, wenn er nah dran kommt. Oder... Ich meine, das könnt ihr theoretisch jetzt überhaupt nicht sehen. Aber davon ab. Wenn er nah dran kommt. Und, ähm. Überlegt er sich vielleicht zweimal da sofort anzugreifen. So. Ach du Scheiße. Alle so viele Provinzen hier zum Start. Ja, das ist ne... 100-Spieler-Map. Tatsächlich. Das heißt, wir können wieder über den Globus-Grois... ...wollen und hin und her. Und können dann... Was ist das hier? Ach. Chinesisch-Tibet. Das ist wahrscheinlich... Ne, das ist Bhutan. Das kleinste Königreich der Welt. Nepal. Britisch-Bangladesch. Hier hinten war... Britisch-Kaschmir. Chinesisches Reich. Naja. Wird schon... Oh, guck mal. Guck mal. Guck mal. Hier ist das... Hier ist ne deutsche Kolonie. Deutsches Shandong. Ja. Viele, die es nicht wissen. Wir waren damals sogar tatsächlich in Asien. Unter anderem auf... Niederschlagung des Boxeraufstands war es, glaube ich, in der chinesischen Kaiserstadt oder in der verbotenen Stadt. Tatsächlich. Das war ja die größte Schmach für die Chinesen damals, dass europäische Truppen in die verbotene Stadt rein sind. Ne? So. Wieder ein bisschen was gelernt. So. Wir fangen auf jeden Fall an hier mit Truppen hin und her ziehen. Das heißt, wir gucken, dass wir hier möglichst schnell den allrussischen Staat unter unsere Kontrolle bringen. Und er hat natürlich auch... Hier Öl, wollte ich gerade sagen. Nein, der hat auch natürlich Getreide. Das ist natürlich super für uns. Ich checke eben mal kurz ab. Das ist auch noch alles KI. Sehr schön. Sehr schön. Mir geht es nämlich auch ein bisschen um Nahrung. Deswegen fasse ich den hier noch nicht an. Hätte ich natürlich gern auch wegen dem Öl. Aber tatsächlich geht Nahrung jetzt ein bisschen vor. Wenn wir mal verhungern, ist es auch nicht so bombig. Gleichzeitig könnte ich natürlich versuchen, hier russisch Jakutien auf die Fresse zu geben. Aber das ist, glaube ich, ein Kampf, den ich noch nicht gewinnen kann. Gebe ich jetzt einfach mal so frei und offen zu. Wir gucken gleichzeitig mal, dass wir überall schon mal Werkstatt Level 1 produzieren können. Dann haben wir nur noch 3.000. Das heißt, wir haben im Grunde nichts mehr wirklich übrig, um... Ich hasse diese KI-Angebote. Das könnten sie wirklich irgendwann mal rausnehmen. Diese ganzen KI-Angebote. Die hast du bei Call of War zum Beispiel nicht. Und die gehen mir halt tierisch auf den Sack. So. Wir können nämlich auch schon mal gucken, dass wir... Boah, wir haben eine Doppelbrunnen sogar mit Getreide. Das wird scheiße. Ähm, wir können mal gucken, dass wir jetzt noch einen Panzerwagen produzieren können. Das ist die Fabrik nämlich fertig. Artillerie könnten wir noch nicht. Wir können übrigens auch Kavallerie. Das hatten wir, glaube ich, beim... Ich weiß nicht, ob die letzte Folge, die ich jemals hier gedreht habe, wirklich schon mit... mit Kavallerie war. Kavallerie ist aber halt eine Billigeinheit, die wir uns aber auch nicht leisten können. Weil es dazu einfach fehlt. So, stattdessen gebe ich nochmal unser letztes Stück Stahl hier raus. Und, äh, es reicht noch für 18 Stunden, 27 Minuten. Dann muss ich beginnen, an der Börse dazuzukaufen. Das will ich natürlich nicht. Aber, geht nicht anders. So, wir können auch noch das Ganze auf den Spitzen treiben. Können sagen, nochmal 500 abziehen. Dann reicht das Ganze nur noch für 11 Stunden, 59 Minuten. Und wir haben es gerade 12 Uhr 15. Das heißt, es reicht noch gerade so, um den Tag Wechsel hinzukriegen. 12 Stunden knapp, Alter. Gerade so. Gerade so. Das war nicht mal geplant. Was haben wir denn? Den Generalgouverneur sind wir übrigens. Können wir hier irgendwas umstellen. Hm, hm. Lassen wir erstmal so. Zum Empire machen wir uns später. Wir fangen erstmal klein an. Und, ansonsten haben wir gerade tatsächlich nicht so viel zu tun. Wir können, was können wir? Wir können die Zeitung durchscrollen und mal gucken, wer wo ist. Aber da bringen wir uns nichts. Wir sehen, dass Papua Neuginea bereits niederländisch Neuginea angegriffen hat. Sir Hackepeter. Sir Hackepeter hat also seine Nachbarn angegriffen. Das ist natürlich unschön. Papua Neuginea, übrigens auch eine deutsche Kolonie gewesen. Das ist ein Kaisersplatz an der Sonne sozusagen. Der, äh, ja, der, 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 ich nenne es mal Karibiktraum, äh, damals im Deutschen Reich. Aber wie so viele deutsche Kolonien hat es sich letztendlich überhaupt nicht rentiert. Und die ganze Koloniegeschichte hat mehr Geld gekostet, als sie eingebracht hat. Ja, das haben die Briten ja wesentlich besser hingekriegt. Ich weiß zwar nicht, inwieweit wir uns da jetzt unterschieden haben, zwischen der Ausbeutung und Neerausbeutung. Also, meisten kennen hier das Gezedere in, in Afrika. Wo war das? War das Kamerun? Ich glaube, es war Kamerun, glaube ich, oder? Tansania war es nicht. Südwest. Namibisch, ich glaube, es war in Namibia, wo wir, also, wo der Kaiser damals die, die Niederschlagung sozusagen in die Wege geleitet hat. Beziehungsweise, ich weiß noch nicht mal, ob er sich da wirklich mit beschäftigt hatte. Egal, auf jeden Fall hatten damals ja deutsche Kolonialtruppen die Herero fast ausgerottet. Ich glaube, die Herero waren das, hießen sie. Und, äh, irgendwie gab es da vor einem oder zwei Jahren, gab es da wieder das große Tamtam, dass die Entschädigung fordern und sie ist sie nicht hier und sie ist nicht da. Ne, und, so, Kolonialgeschichte, wieder was gelernt. Gleichzeitig sehe ich gerade, wir haben hier sehr viele schöne Inselstaaten. Das ist ja toll. Aber der ist viel näher dran. Das heißt, ich werde da nicht viel reißen können. Was haben wir denn hier? Das ist bestimmt hier, äh, Hawaii, sag ich doch. Sag ich doch, was ist das hier? Marine Station. Midway, Midway, ja toll, natürlich. Und, komm her, das ist William Henry Wake Island. Das ist, oh Gott, Haganaguam. Palau. Ja, das sind so die ganzen Sprungpunkte gewesen, die die Japaner besetzt hatten, die die Amis dann zurückerobert hatten. Ist aber auch schwer hier, guck mal, alles, fast alles hier bis auf Australien und, ich glaube, Neuseeland auch nicht. Neuseeland war auch nicht besetzt. Aber sonst alles, fast alles hier drum war so ziemlich japanisch besetzt. Das muss man sich mal geben. Das ist schon, ist schon ziemlich heftig. Also wir reden jetzt vom zweiten, nicht vom ersten. Äh, ne? Und dann versucht man von hier aus, alles wieder einzunehmen. Das muss, allein vom Gedanken her hätte ich da schon keinen Bock drauf gehabt. So ein Inselhopping. Ähm, das einzige Stückchen. Äh, wo war das? Kodiak? Erläuten? Waren das die Erläuten? Ey. Es kann sein, dass das, dass das hier war. Irgendwo hier die Ecke. Ähm, oder weiter oben, kann auch sein. Hier auf jeden Fall in der Ecke war das einzige Stückchen Boden, amerikanischen Bodens, das die japanische Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg betreten haben. So. Das war nämlich irgendeine, irgendeine Insel. Ähm, da war im Grunde ein, ein Witz an Truppen. An japanischen Truppen war da stationiert. Ein Witz, was die Anzahl angeht. Äh, aber das wussten die Armees wohl nicht. Und ich glaube, da sind dann 3000 Marines oder sowas gelandet gegen, ich glaube, es waren 150 oder 200 Japaner. So. Also, das war dann, war wieder so ein lustiges Stück Geschichte. Ist ziemlich untergegangen, glaube ich, im Endeffekt. Und ich, bis heute weiß man, glaube ich, nicht, was die da richtig vorhatten. Ob das nur ein Ablenkungsmanöver war oder, oder einfach nur eine Wetterstation, die sie da hinbauen wollten. Oder tatsächlich, äh, wie man befürchtet hat, äh, Start-Landebahn für Kampfflieger. Die dann halt leichter an die amerikanischen Städte ranreichen können. So, irgendwas in der Richtung war das. So. Jetzt haben wir mal genug geschwafelt. Ähm, wir können tatsächlich nicht mehr machen. Das heißt für mich, oh Gott, das tut weh, Alter. Ähm, wir können tatsächlich nicht mehr machen. Das heißt für mich, für diese Folge, für diese erste Folge, ist eine relativ kurze Folge, aber für diese erste Folge ist es jetzt tatsächlich getan. Es ist geschehen. Und, ähm, ja. Oh, ich muss mich aber strecken. Wie gesagt, wir haben den Tag. Ich bin gerade aufgestanden. So. Für diese Folge war's das. Wir sehen uns wieder in den nächsten. Bis dahin, oder? Hat auch Spaß. Wir sehen uns und macht das gut. Ciao. Boah, mein Atem riecht noch Schnittlauch. Boah, mein Atem riecht noch Schnittlauch.